Kommst du bitte mal? Oder wollen wir uns den ganzen Tag nur anstarren? Hallo. Oh, Kumpel. Oh, 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 Kumpel. So, 3000 Seelen nennen wir unser eigen. Und dementsprechend gehen wir einfach mal zurück nach oben. Ich könnte euch natürlich auch den Weg ersparen. Ich bin es meistens, aber tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich eingeschaltet habe. Es ist nur so, ich brauche auch manchmal mein Leben. Oh, danke. Kleine Scherbe, Mensch, habe ich die Vorhine total übersehen. Hätte ich euch nicht dabei gehabt. Ihr habt das gerade gehört, deshalb habt ihr mir gerade ins Ohr geflüstert. Mensch, Koi, du hast doch dahinten ein Item vergessen. Ja, du hast recht. Du hast absolut recht. Kumpel, danke. Danke, Alter. Ernsthaft, danke. Dann nennen wir so noch Freude noch das zerbrochene Schwert. Ja, das habe ich auch vergessen. Stell dir vor. Und ich glaube, ich werde es noch nicht rausschneiden. Ja. Denn wir wären jetzt wieder auf unser... Ach, nee. Das wäre ein bisschen zu... Ne? Zu... Zu... Obvious. Zu... Zu... Offensichtlich. Na, Kumpel? Hast du auch gerade Probleme? Na, der hatte auch gerade Probleme. Habe ich in seinem Verstand gelesen, dass er gerade echt... Arge Probleme hatte. Den Gargoyz. Dass er da echt gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich kann ihn verstehen. Ihr wisst ja, wie es mit uns gegangen ist. So, Kumpel. Ich möchte einen Läuterungsstein haben. Und jetzt... Ihr habt gesehen, was wir uns gekauft haben. Und zwar einmal... Äh... Läuterungsstein benutzen. Und da sind wir wieder voll. Oh, sehr schön. Alles Klärchen soweit. Ja, theoretisch... Ach nee, wir haben da unten gespeichert. Ach komm, wir haben 52 Seelen. Hau rein. Das ist auch sehr merkwürdig, dass wir denn sterben. Da unten sind wir Gegner. Aber ich schätze mal, der Stein, den wir uns... Warte mal, wir haben gerade eine Menschlichkeit bekommen, oder? Scheiße! Mist! Ich Depp. Ich verdammter Depp. So. Ähm... Zur Feier des Tages. Ach, ich weiß auch nicht. Oh, jetzt sind sie weg. Scheiße! Fuck! Äh, äh... Oh, ich bin... Äh... Ich bin separiert von M'Lady. Ich habe nahe und nahe gespeichert, aber keine Sicht von ihr. Wo könnte sie gehen? M'Lady. Ich dachte, ich habe gewonnen, um dich mit meinem Leben zu beschützen. Bist du irgendwie blind, oder so? Die hat doch hier gerade noch gekniet. Das war nicht mal fünf Minuten her. Nee. Tut mir leid, aber das widerspricht sämtlichen Gesetzen der Natur, dass du das übersehen hast. Oh, sorry, dass ich dich fast angesprungen hätte. Oh, fast angesprungen. Da kommt man auch nicht hin, ne? Also, das hier unten irgendwie... Ich meine, das würde man eh nicht überleben. Die Rutsch... Diese Rutsch-Partie. Die würde man, schätze ich mal, eh nicht überleben. Dementsprechend... Achso, da kommt der wieder gleich. Wow! Kumpel! Also, sowas möchte ich nicht nochmal sehen, bitte. Und... Ach, nee, scheiße. Hey, das war eigentlich ganz cool. Und wieso haben wir gerade so viel Schaden genommen? Alter. Fuck. Oh, ich freue mich. Hey. Ich freue mich. Ich habe immer noch die Keule ausgerüstet. Mensch, Keule. So. Nimm dies. Nehme er dies. Und nehm er... Jo. Da... No comment. Nehme er dies und nehm er das. Und... Oh, wisst ihr was? Bevor wir uns da runter begeben, möchte ich nochmal ganz kurz wohin. Oder? Wolle ich da hin? Ne. Ne. Ne, ne, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Mich hat nämlich ein Kumpel, der liebe Christoph, ein wenig gespoilert. Und das möchte ich euch eigentlich noch nicht. Vor allen Dingen, weil wir da unten eigentlich... Also eigentlich, wir gehen runter quasi in die... Nicht in die Untiefen, in diese Stadt der Untoten Monster-Marden. Der Räder. Also eigentlich wollte ich da unten hin, wo die Räder waren. Und zwar zum... Ich wollte mich an dem Schmied versuchen. Allerdings, wenn wir das geschafft haben, den müssen wir gleich wiederholen. Ich bin gerade ein bisschen blöd, glaube ich, oder? Da unten wäre auch ein Läuterungsstein gewesen. Aber die will 6000 Seelen dafür. Also haben wir doch noch ein bisschen gespart mit dieser Suche. Also theoretisch hat es uns was gebracht. Wir wissen jetzt aber auch, dass, wenn wir wieder mal ein paar Fluchtprobleme haben, uns ganz gerne an diese Dame wenden können. Die hilft uns immer sehr gerne weiter. Hast du uns gesehen? Naja, mach mal deine Dinge weiter. Dann verstehen wir uns alle auch ganz gut. So. Dann wollen wir mal wieder hier runtergehen. Eieieiei. Und wie habe ich gerade ein bisschen... Das ist ein Delay. Ach, komm. Ja, ein Stück Kopf-Delay. Hallo. So, zerbrochene Schwerte. Man kann nie genug zerbrochene Schwerte haben. Fuck it. Oh, Kumpel. Ich frage mich auch gerade, warum wir... Also die Zielanvisierungsgedöns ist echt ein bisschen doof. So, eins. Guck mal. Ich wollte eigentlich... Also ein bisschen... Na, aber hier, mich in Flammen setzen musst du jetzt nicht. Also ich mag dich ja eigentlich ganz gerne. Aber sowas würde mir denn doch recht reinheizen. Also das wäre dann nicht ganz so toll. Das ist ja nicht... Ach. Wir müssen hier hinten lang. Genau. Stimmt. So. Da müssen wir nicht lang. Wir gehen durch Tür Nummero 2. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die so genannt. Nicht wahr? Ja. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal zustimmen. So, unseren Lieblingsgegner oder unser Liebesgegner werden wir mal konntieren. Oh, Alter. So. Wow. Kumpel. Also das hätte ich ja nicht von dir erwartet, dass du uns so auf die Pelle rückst. Das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Bin ich hier irgendwie... Bin ich irgendwie irgendwas abgerüstet oder so? Bin ich grad doof? Oh, ja, ja. Ich glaube, wir gehen einfach durch, ne? Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Hör auf mich nie zu haben, fett auf die Scheiße. Hör doch auf, du willst das nicht. Oh, nein, Schatz, nein, das ist alles notwendig. Komm, wir gehen einfach mal. Wir schleichen uns einfach mal raus. Und gehen hier einfach mal hier hinten lang. Und laufen einfach mal bis zum Leuchtfeuer. Und denken, wir verlassen ihn einfach mal. So, nach dem Sex, ne? Ist ja immer so, dass man den Ronald-Cent mäßig vom Wegen nächsten Morgen wacht man auf. Und denkt sich, yo, was geht ab? Nicht mit mir. Und dann ist man weg. Einfach weg. So, runterklettern, ne? Wir wollen uns ja keine... Wir wollen uns ja die Zehen noch ein bisschen erhalten. Apropos Zehen erhalten. Ich glaube, ich habe letztes, also beim Aufnehmen, ne, beim Rendern, habe ich, glaube ich, etwas gesehen. So, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen tralalalala. Vielleicht droppen sie ja nochmal Menschlichkeit, aber nicht. Ich verzeihe das. So, oben gucken, da ist nichts. Ach ja, richtig. Da war die kleine Ratte wieder. Habt ihr sie gesehen? So, aber... Aha, wir konnten mal unseren Trick anwenden. Naja, nalalalala. Hör auf. Hör auf, unser Schild mit deinen schmutzigen Gedanken zu überziehen. Das kommt nicht so gut. Diese schmutzigen Gedanken sind immer nicht so gut. Fein. Die sind nicht ganz so aggressiv, wie ich die gerne hätte. Ja gut, ich gebe mir jetzt auch nur 60 Seelen. Also dementsprechend ist das alles nicht wirklich das Wahre. Ich wollte... Na, hier? Was? Hier wollte ich hin? Ernsthaft? Hi. Na, hier? Oh, oh, oh. Oh, hi, ah, ah. Sag mal. Toll. Ich muss auch mal auf meine eigenen Gedanken hören. Oh, da ist Menschlichkeit drin, oder? Hast du Menschlichkeit für mich? Ich glaube, ja. Jawoll, ja. So geht das doch schon. Schöner. Ne, Kleiner? So. Ihr haltet genauso viel aus wie draußen. Finde ich. Suspekt. Na, vielleicht nicht ganz so viel. Weiß ich ja nicht. Oh Gott, ich habe mich schon wieder verlaufen, glaube ich. Oder? Oder? War ich nicht verlaufen? Oder war ich nicht verlaufen? Wo war denn das hier? Hier war das, wo wir uns, ne? Ihr wisst ja. Das ist Verderben. Verderben, 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 Verderben. Ne, Kumpel? Jawoll, in den Arsch noch mit der maximalen Spitze erreicht. Sehr schön. So, dort oben. Wollen wir da hin? Ne, ne? Doch, hier wollten wir hin. Ha! Genau richtig gelaufen. Sehr schön. Ah, guck mal. Wie kommt man denn nach dort? Ich möchte nach dort oben. Denn ist der Finger oben, wird man uns loben. Oh. Oh nein. Oh nein. Ihr wisst, wo wir sind wir? Habe ich übrigens auch erst realisiert, ich glaube, das dort sind Verfluchungsopfer. Als wir nämlich gestorben sind, haben wir auch so ausgesehen. Deswegen so eine kleine Warnung an jenen, die hier umherören. So, apropos Warnung. Wo sind denn die Dinger? Da vorne ist schon mal eins. Das ist das Einzige, ne? So, komm mal her. Komm mal her, komm. Nö, nö. Nö, nö. Einfach herkommen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Respekt vor denen, ehrlich zu sein. So. Oh, du hältst mehr aus. Weg, 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 ganz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich möchte nicht nochmal, bitte nicht nochmal. So, er ist schon mal tot. Oder? Er ist tot, ne, ja. Ich habe gerade ein bisschen übergeliefert. Verloren. So, irgendwie ist hier gerade ein bisschen zu viel los. Ah, nein. Nein. Oh, fick dich doch. Okay, bis gleich. Mann. PC, was machst du? Oder Laptop. Ich weiß mir. grey, bei been. Das ist hier. Tschüss. Und wie ist es nur mehr.